Jeder kennt diesen Augenblick. Ihr habt ein neues Design, ein neues Produkt, ein neues Dropstream-Produkt, ein neues Print-on-Demand-Produkt und ihr seid dabei, das Ganze zu testen. Im heutigen Video erzählen oder schauen wir Werbeanzeigen von mir an, das sind 5, 6 Werbeanzeigen, die Real Life, die wirklichen Werte und dann entscheiden wir, skalieren oder nicht skalieren, killen oder nicht killen, weiterführen oder nicht weiterzuführen. Das wird ein spannendes Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, falls ihr diesen Channel noch nicht kennt, dann wird es mal geben, schleunigst Zeit hier zu abonnieren. Das letzte Jahr kamen wenig Videos, aber ab diesem Jahr, also ab 2021 sind wir sehr, sehr stark zurück. Sehr, sehr stark mit Real Life Examples, mit Beispielen, denn wir drehen weniger, aber dafür real. In diesem Sinne, lass uns die ersten Werbeanzeigen betrachten und mal zum Werbeanzeigen-Manager rüber springen. So, die Sache ist die, wenn du mal willst, lass ich auch mal über deine Werbeanzeigen schaue. Wenn du mal willst, dass ich mal meinen Zenf abgebe, ich analysiere oftmals auf Instagram Werbeanzeigen, da kannst du dich auch immer melden bei mir, at Aboswali und gerne die Stories anschauen, deine Fragen per DM schicken und manchmal antworte ich auf Stories, manchmal gerne Fragenrunden. Das heißt, wenn du daran interessiert wirst, wenn du an E-Commerce interessiert wirst, wenn du willst, dass E-Commerce jeden Tag vor dir angezeigt wird mit ungefähr 30 Stories, dann sollst du mich unbedingt auf Instagram abonnieren. In diesem Sinne, let's start the deal. Was wir hier haben, das sind, ich muss selber erzählen, wie viele das sind, 2, 4, 6, 8 Werbeanzeigen, wenn ich richtig gezählt habe. Und diese 8 Werbeanzeigen, die wurden neu ausgespielt mit verschiedenen Designs, alle in einer Testkampagne drinnen. Das heißt, in dieser Kampagne, da teste ich einfach nur neue Designs. Und was wir jetzt machen ist, wir werden einmal hier ganz, ganz unten, okay, hier ganz unten haben wir 4 Designs, die schon fertig getestet worden sind. Und wir werden diese genauer betrachten. Kurz einmal zum Werbeanzeigen-Manager. Das sind alles verschiedene Interessensgruppen, das sind alles verschiedene Werbeanzeigen, auf die ich Werbung geschaltet habe und ich habe alle auf Conversion geschaltet. Hier sieht man die ganzen Kaufwerte und die Sache ist die, eine Ad braucht immer eine kurze Zeit, bis sie einmal wirklich klarkommt, bis sie einmal wirklich die richtigen Werte ausspielt, bis sie einmal warm wird. Okay, du kannst nicht von einer Ad erwarten, dass sie direkt am ersten Tag perfekt performt. Sondern ich gebe in meiner Ad immer, ich dachte mir, wie viele Euro ich die Werbeanzeige starte, oder mit 5 Euro oder 10 Euro zum Testen, gebe ich immer ein bisschen Zeit. In diesem Fall war es 5 Euro, habe ich 6 Tage Zeit gegeben auf 30 Euro und jetzt werde ich ein paar Entscheidungen fallen, ob ich die killen werde oder ob ich die weiter hochskalieren werde. In meinem Fall bin ich ein bisschen profitabler, da ich auf jeden Fall eine Stange Geld an der eigenen Druckerei investiert habe, da um die 15 Arbeiter in der Druckerei herumgespringen habe. Meine Produktionskosten sind ein bisschen weniger. Das heißt, diese Werbeanzeigen sind also ziemlich fast alle, schätze ich mal, profitabel. Muss ich gleich nochmal reingucken. Was du machen möchtest, folgendes ist, du willst deine eigenen Zahlen kennen. Du willst wissen, wann du profitabel bist, wann du nicht profitabel bist. Und dementsprechend, wenn du die Werbeanzeigen scully hast oder deaktivierst, wirklich diese Zahlen dann intensiv zu tracken, abzugleichen und dann zu entscheiden, welche Entscheidung falle ich. Das heißt, Regel Nummer 1, bevor wir die Werte analysieren, kenn deine eigenen Zahlen. Weiß, wann du profitabel bist, weiß, wie viel du alles bezahlst und dementsprechend kannst du dann ausgehend davon richtige Entscheidungen fällen. Denn was ich sehe oftmals, was schmerzhaft ist, dass Werbeanzeigen profitabel sind, dass Werte gut sind, aber dass er einfach deaktiviert wurde. Okay, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und es gibt ein paar Beispiele, ob du da verstehst. Ich habe zum Beispiel einen Mentoring-Teilnehmer. Er hat die Werbeanzeigen deaktiviert und einen Tag später hat er auf einmal CPP, Kurs per Purchase von 5, 6 Euro und Facebook hat einfach zeitversetzt die Sales bei ihm getrackt. Okay, und dann hat er die Zeitversetzt, hat er die Verkäufe gut geschrieben. Da habe ich es verstanden, okay. Aber grundsätzlich ist das nicht der Normalfall. Darum kannst du, wenn du deine Zahlen genau analysierst, wenn du deine Werte genau analysierst, richtige Entscheidungen fällen. So, wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Und hier haben wir beispielsweise die wichtigen Werte oder die wichtigsten Werte. Ganz am Anfang sind wir noch hier in der Lernphase. Okay, das heißt, jede Werbung ist jetzt momentan noch in der Lernphase leider. Und in der Lernphase, da performen die meistens ein bisschen schlechter. Was wir hier auf jeden Fall haben, hier haben wir CPM, Kosten pro 1000 Impressionen. Sehr, sehr gut, sehr, sehr günstig, sehr, sehr billig. Und da kann auf jeden Fall gut was damit starten. Im nächsten Schritt sind wir hier die Linkklicks. Okay. CTA, die Linkklickrate, zu wie viel Prozent klicken die Leute drauf. CPC, wie viel kostet dich wirklich ein Klick, ein Conversion-Klick. Und jetzt können wir zu den spannenderen Zahlen, okay. Zum Einkaufswagen hinzugefügt. Wir haben in 15 Einkaufswegen drei Käufe, was ein Problem ist. Und was wir auf jeden Fall dann nochmal in einem externen Video. Das geht schon sehr, sehr tief in die Materie. Da muss man schon die Basics drauf haben. Du musst die Basics machen, bevor du das auf jeden Fall lernst. Aber das geht schon sehr, sehr tief in die Materie. Und wir müssen mal schauen, ob wir darüber sprechen sollten. Oder nicht. Aber das ist ein Problem. Drei Einkaufs, äh, drei Käufe, 15 Einkaufswagen. Da geht auf jeden Fall viel mehr. Kosten pro Einkaufswagen 2 Euro. Nice. Kosten pro Ergebnis 10 Euro pro Kauf. Okay. Dann kommt natürlich der ausgebende Beitrag. Hier der ganze Spaß. Das sind Zahlen, die du alle kennen willst. Und hier ganz am Ende einmal Käufe, beziehungsweise Conversion-Wert. Ein Wert, der für Anfänger gut ist. Okay. Ich drehe dieses Video aus. Es ist nicht von Anfängern oder von Startern. I-Commerce-Starter. Das ist der Return. Return on Ad Spend. Okay. Weil der Punkt ist der, du hast hier, ähm, beispielsweise 30 Euro ausgeben. Der Return on Ad Spend ist 5,2. Das heißt, im Ertränen sind einfach, dass der Wert, den du eingenommst, fünfmal so hoch ist, wie der Wert, den du hier für, ausgegeben hast. Und ein Rose von 5, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man noch betrachtet, welche Produkte man verkauft. Darum sage ich immer, immer die Zahlen tracken. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann kann man gut, ähm, gut was auf jeden Fall verdienen. Das heißt, die Entscheidung, die ich hier fallen werde, ist folgende. Hey, skaliere ich diese Werbeanzeige, ja oder nein? Und die Antwort bei diesen Werten ist auf jeden Fall, ein klare Ja. Das hört sich nach Spaß an. Das können wir auf jeden Fall machen. Diese Werbeanzeige, das hört sich einfach nur nach an, als müsste man nicht Spaß hier skalieren. 30 Euro Adspend, 155 Euro Call of Conversion Wert, Rose von 5, und ja, das musste man auf jeden Fall skalieren. Falls ihr wissen wollt, wie man das Ganze skaliert, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann würde ich gerne ein Video über eine Skaliermethode. Ich meine, es gibt über 10 Skaliermethoden, okay? Und aus Fernis kann ich eine natürlich gerne mit euch teilen, falls ihr das sehen wollt. Skaliermethoden gibt es wie Sand am Meer. Es gibt welche, die funktionieren besser, welche, die funktionieren schlechter, welche, die funktionieren bei anderen besser, bei manchen Ads funktioniert das besser und es ist wie ein großes Repertoire, was man auf jeden Fall haben sollte. In diesem Sinne, was das sonst zu dem Design Test allgemeinen Basic Werte, will ich jetzt mal im Design testen, agieren es folgendermaßen, kurze Wiederholung, Backup, alles wieder aufgefrischt, 30 Euro Ad Spend, schauen, wie die ganzen Werte zusammenspielen, schauen, ob das Produkt profitabel ist, wenn das Produkt profitabel ist, zack, skalieren, wenn das Produkt nicht profitabel ist, okay? Wenn wir das Ganze nämlich noch antesten, wenn wir nämlich eine gute Richtung sehen, wie die Billing CPMs hier, wie die Billing CPMs hier, sehen wir, okay, die Interessensgruppe, die ist ja günstig zu targeten und da könnte eventuell was laufen, aber was das Problem hierbei ist, könnte eventuell der CTA sein, er ist jetzt nicht so hoch, 7,15, 0,57, ist jetzt nicht so hoch, das heißt, man könnte eine zweite Werbeanzeige starten und da die Klickraten auf jeden Fall verbessern. Das war jetzt mal kurz eine andere Sache aufgegriffen, an sich ziemlich gute Werte, die Weihnachtszeit kommt jetzt, der CPM kann ein bisschen teurer werden, die Kosten pro 1000 Impressionen kann ein bisschen teurer werden, aber sonst sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus, bei dieser Kampagne, die wir neu gestartet haben, und falls ihr sehen wollt, wie haben wir beispielsweise sowas skaliert, schreibt es mir in die Kommentare, gibt es dem Video ein Gefällt mir, show some love, abonniert den Channel und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich eventuell diese Werbeanzeige hier unten einfach mal skaliere. In diesem Sinne, kurz noch ein bisschen Werbung am Ende, Apo Sweaty auf Instagram, falls ihr ein Beratungsgespräch mit meinem Team wollt, falls ihr das selber lernen wollt, könnt ihr gerne unter marketconsultive.de oder marketdesigns.de slash telefonat auf den Link klicken, ein kostenloses Beratungsgespräch anhören und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden und würde sagen, see you later in another video of Apo Sweaty. Ciao, ciao.